heißt wenn man 16 mal 16 blöcke aussehen würde müssen wir ja rein theoretisch eine finden nein kommt mir in frage ich habe mir schon mal eine slime farm gebaut und ich kann euch sagen so ein chunk aus neben zwei oder drei kann eine weile dauern muss doch mal irgendwas sein auch nicht in strip meinigkeit auch immer mega langweilig leute aber ich finde es schade wenn wir jetzt einfach mit leeren händen nach hause kommen würden nachdem wir hier so lange erst meine höhle suchen mussten dann sie endlich gefunden haben und dann fühle ich ja jede menge andere zeug in schade wenn wir jetzt keine diamanten finden würden und deswegen versuche ich jetzt schon hier verzweifelt irgendwie welche zu finden und das war die spitzhacke macht nichts ich mache noch schnell neuer machen wir mal weg aus stein um bau den werkwerk mit einer stein spitzhacke muss doch was geben dass wir hier irgendwie was finden auch nicht man muss auch mal überlegen angenommen man könnte durch die welt durchfliegen als spectator und man sieht dann so dass man sich irgendwie genau um einen block scheiße ich habe keinen bock zurückzulaufen ich mache jetzt mal was den ofen lasse ich dann übrigens einfach hier stehen ich kann ich habe ja nackt so brauche ich ja noch scheiße hier scheint auch einmal so wenn ich wollte zu sein es muss jedoch diamanten geben ja ich weiß nicht die spitzhacke hat mit der gold abbauen könnte nun ich will die hat absolut wenn es geht nicht verbrauchen beziehungsweise an jeder in am jeder ecke sparen und auch als das erste mal auf diamanten suche waren ja da haben wir ja auch ewig gebraucht bis wir die gefunden hatten und siehst du ich sag ja da haben ja alles außer diamanten welchen war sein haben sie trotzdem weiter mit der stein spitzhacke mach das jetzt noch wahrscheinlich bis diese spitzhacke kaputt ist bis die eisenschläge bis die stein spitzhacke hier schrott ist und wir haben zwei ne okay wir schrotten noch zwei stein spitzhacke und dann gehe ich raus wer sich das ja nicht geben kann der kann gerne auch die nächste folge dann schauen und auf diese folge verzichten ist auch kein problem wenn ich dieses scheiß rum gemeine hier nicht geben kann allerdings bin ich immer noch erwartungsvoll dass wir was finden hier und ich freue mich auch schon wieder zu hause zu sein in anführungszeichen zu hause das minecraft zu hause zu hause bei uns zu hause bei minecraft so unten haben wir noch redstone und boden versenkt quasi so und die eine spitzhacke ist schon mal weg weißt du was tschüss scheiß granit bis jetzt auch nur eine hölle gefunden haben ne das finde ich auch schon komisch aber nun ja was will man machen vor allem weil wir schon gegraben haben so weit gegraben keinen einzigen diamant als ader gefunden mhm So. Du, anders sieht. Tschüss. Zack, zack, zack. Zack. Hm. Und für diese Seitenarme haben wir hier echt eine Abdeckung. Wir decken diese Reihe ab. Diese, diese und diese. Und diese natürlich hier auch. Das heißt, wir haben hier echt eine Abdeckung der Blöcke. Eigentlich muss man hier was finden. Aber wir tun es nicht. Ich muss halt überlegen, es kann immer sein, dass genau hier unter diesen paar Blöcken hier genau einen Block weiter, würde ich den noch einen Block weiter graben, dass da ein Diamant ist oder so. Ja, es kann immer sein. Das muss man natürlich immer bedenken hierbei. Außerdem könnte ich ruhig mal langsam irgendwas kommen. Oh, Eisen. Viel Eisen. So. Ups, aber. Zack. 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 Oh, fuck. Was? Nee, 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 nee. Dich weg. Dich weg. Das eine Auge braucht ja ungefähr. Tschüss. Hier ist nix mehr. Hier ist nix mehr. Nix mehr. Come on. Hier gibt's echt nix. Wir haben eine Höhle gefunden und da war auch nix drin. Da war auch kein Diamant oder irgendwas drin in die Richtung. Das kann es echt nicht sein hier. Diamanten sind eigentlich gar nicht so selten. Okay. Dann grabe ich noch hier hin, mache jetzt noch die paar Seitenarme und dann sind wir fertig. Okay, gleich ein bisschen schneller. Um. 見 es. Hi. very well. Very well. Köláva. für definitiv lava wow wow nicht ernsthaft ich hör lave oder ist das ein kleiner pc oder sagen ich höre aber kommt hier so was andere blöcke noch setzen könnte jetzt go auf nach hause sprinter hat gar nicht so moment hier ist kein seitengang tja das war's dann wohl keine diamanten obwohl so viel brauche gar nicht beim halben steck war ich denke ich so viel nehme ich auch wer der hälfte raus ok jetzt kommen wir an ein echt spannend sein wie kriege ich den ganzen scheiß irgendwie nach hause eisenböcke so teilen wir ein bisschen auf und 20 eisenblöcke jetzt tun wir auch schon mal Zack, zack, und zack, und zack, zack. Ja, und die kann man zurückflafen, falls einer fragt. Doch Kohle habe ich viel, so viel Kohle habe ich nicht, okay. Ich habe allerdings noch das Eisen hier. Okay, es ist deutlich besser geworden, durch die Verkraftung von Eisen und Redstone. Vorher konnte man sich das fast nicht geben. 34 durch 9 geht nicht auf, obwohl ich habe noch 11, perfekt. Und, ähm, machen wir ganz kurz nochmal Öfen. So, ein, zwei. Ihr brat schon mal fleißig durch hier. Ähm, machen wir die, nehme ich auf jeden Fall mit. Oh, oh, das wird sich bei Lapis auch lohnen. Naja, oder auch nicht. Sieht zumindest besser aus, wenn wir die Blockform haben. Ähm, die lassen wir hier. Moment, ich mache mal ganz kurz ein Entsorgungsloch. Die lasse ich hier. Ähm, die drei behalte ich. Eine Gravee kann ich stacken. Strings nehme ich mit. Bücher nehme ich mit. Pumpkins nehme ich mit. Schere lasse ich zur Not hier. Euch nehme ich mit. Und euch nehme ich mit. Ganze Blöcke kann ich hier lassen. Obwohl, nein, den Kamistun haben wir ja Mangel. Scheiße. Was mache ich denn jetzt? Was mache ich denn jetzt? Haben noch Cobblestone-Mangel. Wie soll ich den ganzen Scheiß denn mitschleppen? Gar ein Schwert. Ähm. Ähm. Ähm.